Das ist Herbert Auer. Herbert ist leider nicht versichert und sucht den optimalen Versicherungsschutz. Jedoch gibt es so viele Versicherungsangebote am Markt, wer kennt sich da noch aus? Einerseits gibt es den Versicherungsvertreter. Ein Versicherungsvertreter verkauft lediglich Produkte eines Versicherungsunternehmens. Ein Versicherungsmakler hingegen ist wie ihr persönlicher Einkäufer. Er erkennt, was sie brauchen und ist gesetzlich dazu verpflichtet, das bestmögliche Angebot für sie zu finden. Aufgrund der Größe haben viele Versicherungsmakler jedoch nicht die Ressourcen, alle Angebote am Markt zu vergleichen und beschränken sich deswegen auf wenige Anbieter. Die EFM-Versicherungsmakler sind mit über 70 Standorten in ganz Österreich Marktführer. Durch diese Größe können wir bei unseren Vergleichen mehrere Versicherungsunternehmen berücksichtigen und bessere Produktpreise verhandeln. Zusätzlich bieten wir unseren Kunden bei Versicherungsstreitigkeiten einen kostenlosen Klientenanwalt und garantieren eine jährliche Überprüfung und Anpassung des Versicherungsschutzes. Darum können Sie sich bei EFM sicher sein. A-F-M A-F-M